Dieser Ausgrabungsort mitten in Rom wurde in den 20er Jahren entdeckt, aber erst kürzlich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist eine ganz besondere archäologische Stätte in der italienischen Hauptstadt, der Ort, an dem römische Geschichte geschrieben wurde, oder besser gesagt, der Tatort. Am 15. März, 44 vor Christus, wurde Julius Caesar im Theater des Pompejus adolcht. Das Video hat sicherlich die Emotionen und die Möglichkeit, sich zu denken, ist Teil dieser Geschichte. Erstmals können sich Besucher und Besucherinnen durch die Anlage bewegen und die Überreste der Gebäude aus der Nähe betrachten. Ein Museumsraum mit den bei den Ausrabungen gesammelten Objekten ist ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich. Neue Details über diese historische Epoche kommen ans Tageslicht. Touristen und Einheimische freuen sich über die neue antike Museumsstädte. Die neue archäologische Stätte ist ein weiteres bedeutendes Highlight im touristischen Angebot der Stadt Rom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017